ja 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 jetzt ja so ein Mastercubeherse kommt zu einem neuen Video ich komme ein bisschen grad durcheinander ob wir gekutzt haben oder nicht ich habe mich gekannt deswegen herzlich willkommen ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen dass die... aber hier über mir ist auch einer derzeit sehr sehr contentlos nicht wirklich äh Svenson ist natürlich auch mit dabei jollallo meine wasser Freunde ja ach scheiße man ja 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 es ist hier in der Kiste ich fürchte Sturmgewehr und Verbandages das ist gut ich habe gerade leider eine Pistole glaube ich rotflinte ich sortiere gleich hier unten die Kiste nein ich hab mich vergräst willst mich verarschen ich kann ich bin seit nichts dagegen ich kann da auch nicht super wenn ich da alles abbaue soll ich dir zu Hilfe kommen soll ich dir zu Hilfe kommen noch habe ich keine Probleme ich muss erst an die Kiste ran dafür darf ich halt die eine Platte nicht zerstören weil sonst die Kiste dann nicht durch kann es sein dass die Karte nur Crap drin war ich habe nur eine Pistole und halb ich nehme ein bisschen das Haus durcheinander in dem ich bin ich nehme dann mal den Hinterausgang ja sowas habe ich nicht hier müsste ich mir bauen der Hinterausgang oh ich sehe dich oh ich sehe dich ich habe eine blaue Schrotflänche willst du mitkommen zum Wachturm oben hin? das können wir machen ja klar ich habe halt Angst dass wir jetzt aufs äh salty bisschen ok du weißt schon was gewerden ja abgestoppt werden hier ist nichts drin außer Muni finde ich und ein Schalke ich habe dafür keinen Inventarplatz mehr ich habe eine Pistole und einen Pumpgang eine Schrotflinte in blau Bandages und ein silbernes Sturmgewehr ich habe auch Bandages du hast eine Pumpgang und eine Schrotflinte willst du mir dann mal wenn du oben bist Pumpgang geben Schadensfalle liegt hier rum Moni Kiste Kiste hab ich jetzt nicht gesehen ja kann ich gerne die hier Krieger Holgen was von dir meine Bandages die brauche ich nicht lass dir die bei Schaffungsstück nimm ne weil ich hab mein ich lass uns da das halbe Sturmgewehr da läuft uns blöd oder ne alles gut da nehm ich's mit da nehm ich das halbe Sturmgewehr die sind immer noch auf den einen Haus hier hinten da hinten da hinten aber ich würd sagen wir gehen ich tausche meine aktuelle Pistole einfach aus ich lute dort vorne in die Ruine ne Ska ne Ska in Legend Legend ich hab ne Falle was willst du mir dafür abgeben das ist eine normale Maschinenpistole liegt da auch ich nehme ach hast du kleine Schildtränke wenn ich nämlich jetzt im Großen ne ich hab keine nein ich bin relativ in der Mitte wo bist du das ist wieder nach das ist wieder nach ja ok wir suchen jetzt den Kampf wir sind ernst verlieren können wir nicht Schrotflinte und cooles Sturmgewehr war ein echt cooles Sturmgewehr hab ich warte mal hab ich die Bank gar nicht geteilt ich brauch mehr Baumaterial auch mehr Bäume brauch ich ich nehme den Baum dort vorne aber ich will die Bäume holen ach da unten die Bäume ja die sind immer krass da können wir gleich noch mehr looten dort die Häuser dort von zum Beispiel die loot ich hab ich mal in meinem Alter in meiner alten Lootroute immer geholt ich geh mal kurz in das Haus hier vorne bei der Holzbrücke da kannst du ja direkt da liegt was grünes drin und kann sein dass da eine grüne Schrotflinte für dich ja vermute ich ja ist eine grüne Schrotflinte falls du einen brauchst da oben ist eine Schatzkiste das höre ich ich schaue grad mal die Muni Kiste du willst zwei Schaden fallen ich geh grad ins nächste Haus hast du irgendwas was du mir vielleicht abgeben könntest da wird eine Ska ja ich kann überhaupt ein Mini muss sonst liegen lassen eine was müsstest du liegen lassen eine Maschinenpistole hier sind kleine Schildtränke hier drüben in dem Haus ja ich kann die nicht aufnehmen oder dass du beendest es hier ne dann komm erst rüber ich hab mich schon zwei Minis eingepfiffen ach so warte mal ich hab Rauchgranaten die nutze ich wahrscheinlich so oder so nicht jetzt gehen wir noch zur Scheune geradeaus also ich finde ich hab mir die Folge eben mal angeschaut die chaotische Folge von vor drei Wochen ich glaube ähm ja sehr chaotisch selbst zu begrüßen nochmal verkauft hier liegt Schildtrank für dich drinnen oder für mich ich hole mir einfach ne pfeif du ihn dir ein den kriege ich hallo ist oben eine Kiste ne ne gucke guck ich ob da ich bezweifle es ne ist nichts welche Richtung wollen wir hier hinten noch der von uns sogenannte kleine Wachturm obwohl es eigentlich irgendein Bunker oder Wagnerspeicher oder so sein soll hier liegt ein Sturmgewehr ja brauche ich nicht warte mal ich baue mal kurz hoch hier liegt ne Pumpgun wenn du sie abnimmst nö ich hab ne blaue Schrotflitte sollen wir jetzt Dingsbums äh nach Solty rein nein nein würde ich sagen nicht gleich wüsste ich hab ja ein bisschen was abgebaut cool also Solty ist schon gerutet ne ach alter es nervt mich grad richtig an dieses whatsapp Geräusch ich hab nämlich whatsapp rappen deswegen ich sehn's Leute ich bin zumindest auf der Ebene aktuell niemanden ach du kacke wo ist die nächste zone ich hoffe auch dann äh guck mal auf die karte wo die zone ist die ist hinten bei diesem Mäusey Dingsbums wo bist du hin ja ich laufe jetzt schon hier an äh Richtung Sturm guckst du ein bisschen nach hinten ich hab zu 11 400 Holzer das reicht nicht für den Schluss brauchen mehr auch 100 Holzer aber wir werden eh nicht in den Schluss kommen das beste was ich mal mal verzehnt habe ich war mal neunter mit dir warst du aber schon tot da hab ich zum neunten durchgekommen ich bräuchte jetzt eigentlich noch ein Schildschrank jetzt bin ich hier bei Faddle Steelers kommst du mit ja ich bin hier wer nicht wagt der nicht gewinnt ne ja so nach dem Motto die Zone ist halt so mehr oder weniger am Arsch der Welt die ist bei- beim Gefängnis nach dem Motto ja das ist schlicht wie könnte das jetzt schon jemand sein ja ich hab, ich hab ne Ska und ne hier war auf jeden Fall jemand hier wurde nämlich auch schon gebaut klar hier sind immer welche Items wollen wir dahin gehen hoffentlich ist das keine Lockfalle ja ich würd sagen ja da hat das zu Ost wo liegen denn die ITems ich sehe die nämlich nicht oh das waren auch tot oh eh hab ich hier die Leute kriegen das das war eine Falle ne doch eine Falle was für ein Scherb auch schon Schadensfallen ich auch scheint auch eine Schadensfalle wir gehen die falsche Richtung ja wir müssen hier laden oh fuck jetzt jetzt müssen wir rennen wir haben uns verkackt ne was was hier oben ist ne Kiste ja nichts gutes drinnen lauf rein in die Zone bieten nix nix so rollen die nix 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 so schnell ja wir sind gleich da Läuft schon sind gleich da wenn wir jetzt schaden, wenn wir das Hund kriegen, das wäre scheiß ja erstmal wird das weil wir gehen kacke, wir müssen mehr mehr Richtung Osten ich werde schon vom Internet abgrammst abgrammst schneller schneller, haltet durch Hallo Internet ja ich bin da Lauf Schlaufe Lauf Ja, ja Yes Ist es irgendwann eine Möglichkeit, einen Ping zu sehen? Nur was zu sehen? Ein Ping zu sehen? Du darfst zum Gefängnis gehen Nee, weil da alle sind, weißt du? Wir müssen sowieso Richtung Wenn wir gehen hier Wir gehen immer schön entlang in die Zone und wir gehen nicht in den See oder in das Moor da müssen wir aber hier rechts rum du gehst in die falsche Richtung falsche Richtung Nein Wenn wir in die Zone wollen müssen wir andersrum Tatsächlich 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 Lass doch durchs Moor gehen Wir haben keine andere Chance Wir gehen Granaten rum wenn du es Wenn du es bewegen hast Da ist irgendwie so was mehr in die Zone reingehen Hier ist eine glückliche Kiste Ich nehme nur Verbände Ja, gerne Hier ist was? Ich habe nur noch Verbände mitgenommen mehr in die Zone Warte mal, ich brauche Ich habe schon Müssen wir Ich habe 87 Stahlen 38 Steine zum Bauen und äh 484 Holz Das ist mehr so am Kartenrand hier so drin Ja, mir ist generell nicht geheuer dass wir niemanden sehen Ja 10 Spieler leben noch 0 Kills Top 10, Alter Top 10 ohne einen einzigen zu killen, Leute Ist mir auch noch nicht passiert Ja, immer Ja Dann nutzen wir den Baum als Versteck Hier unten ist noch so eine Hütte Dahinten bauen welche Wir bauen auch Ja, baue du auch Ich nutze den Baum Du baust das Ordentliche Da könntest du den Baum Ich nutze den Baum Wir bauen mit Stein Ich habe nicht einen erfahrenen und ich habe schon immer schlusses gezogen Ich kann dich auch mit Stein bauen Ja No BAU Was noch? Ich bin Ich nehme zu Nein Ich bin Und ich bin Und ich bin und ich bin Und ich bin Ich bin Und ich bin Und ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Baum wegen dem Baum. Die haben mir mit einem Schuss fast das ganze Schild abgebrochen. Er fragt erst mal nach unten. Kannst du mir kurz eine Tür... Ach nee, geh bearbeiten. Wie mach ich die Tür rein? Ich kann nichts machen. Ich hab noch kleine Schildtränke für dich, wenn du reinkommst. Alter. Ich kann das wegnehmen. Hab ich. Unser Bunker ist ziemlich kacke eigentlich, um ehrlich zu sein. Ja, man muss... Wetten die Putschen schon. Wir merken das nicht und sind richtig scheiße. Raus. Nein, ich mach nichts. Sie machen das kaputt. Bau hinten. Wir bauen uns raus. Wir bauen gleich einen sicheren Bunker mit Stahl. Die haben halt Sniper. Oh, lol. Die haben mir fast mein ganzes Leben gezogen. Die haben eine richtige... Kommst du rein? Ja, ich bin Trinär. Ich muss mich heilen. Ich hab nicht genügend Stahl. Ich hab gar keinen Stahl. Jetzt hab ich nichts mehr. Das ist all mein gutes Material gewesen jetzt hier. Ich weiß nicht wo die sind. Ich weiß ja nur, dass sie snipen. Wahrscheinlich ist es das letzte... Sechs... Sechs Leben noch. Es könnten drei Teams aber auch Solo sein. Ne, bleib... Bleib in Deckung. Geh runter. Solange die nicht da sind. So haben wir... Weil wir wissen, dass sie nur snipen. Du triffst so keinen. Geh runter. Hier liegen lassen. Hier vorne. Die schießen... Das ist kaputt. Pass auf, was du tust. Die... Die haben das erst hier nämlich... Die bauen. Ich... Ich sehe, dass sie bauen. Ich glaub, die pushen. Alter, die... Die schießen uns hier alles kaputt. Ich kann jetzt nichts mehr reparieren. Ja, die schießen uns kaputt. Das ist halt... Pushen echt? Ne. Doch, klar. Da. Da hat er sich selbst gebaut. Das war ich. Willst du mich beleben? Dankeschön. Geh hier unten rein. Ist viel sicherer. Die sind da. Ich... Ich kann dich nicht wieder beleben. Ja, okay. Dann mach's. Die gehen zu zweit auf mich. Ich hab keine Chance. Ja, Ritter. Leute. Ach, das war ne anstrengende Runde. Alter, das erste Mal in meinem ganzen Leben in Fortnite Ritter. Boah, das... Das gönn ich mir. Also, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Das war's für heute. und tschüss tschüss tschüss